Der Wecker. Leider geht der Nacht, mein Wecker, immer fünf Minuten vor. Rüttet mir drum jeden Morgen fünf Minuten zu früh in die Zor. Aber wenn ihnen am Abend fünf Minuten hintertät, wär' ich drum denn bei mir ins Bett geh' wieder fünf Minuten zu spät. Sei es am Abend, sei es am Morgen, es nimmt mir fünf Minuten den Fuss. Fünf Minuten sind nicht viel, doch mit der Zeit macht's etwas aus. In zwölf Tagen ist das eine Stunde und in drei Monaten schon eine Nacht, wo ich wegen dem blöden Wecker schliesslich schlaflos hätte verbracht. Ich habe Sorgen wegen der Gesundheit, ausweglos ist die Situation. Zuletzt habe ich den Wecker vorgegeben, seit er weg mit dem Telefon. Applaus Vielen Dank. Applaus 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 Applaus